hallo ich bin der loy und ich bin natürlich noch nicht in gavel aber ich wollte mir jetzt mal dieses haus hier angucken da gehe ich mal rein und okay jetzt ein langer gang da ist ein kleines fenster okay das ist wohl die köche aber ist ganz nett eingerichtet hier ist die kochstelle alles klar okay und hier drüben ist die das ist die speisekammer da ist alles mögliche drin schön okay ein regal mit allen möglichen tellern und das ist ein spinnrad und da sind doch andere sachen auf dem tisch und das ist so eine kleine schlafkammer das ist nicht sehr geräumig aber dafür ist es vielleicht warm im winter ich weiß es nicht okay jetzt haben wir hier noch so einen speisesaal naja gut saal ist übertrieben aber den das esszimmer sozusagen und ein paar schatullen na gut dann gucke ich mal weiter und gehe mal da entlang da hinten moment ich gehe mal hier rauf da hinten das sieht doch aus wie das meer das gucke ich mir jetzt mal an gehe ich ja den weg runter ja hier ist das meer hier ist der ozean sozusagen okay naja ich werde hier noch so ein bisschen erkunden man kennt das ja bei mir dann gehe ich mal hier weiter den weg hier nach rechts so dann kann ich auch mal ein bisschen schneller gehen aber mobs sind hier keine naja soll mich ja nicht weiter stören muss ja auch nicht immer sein überall zombies und skelette kann ja auch mal so durch die gegend laufen aber wo führt mich der weg hier hin das wäre jetzt noch die frage moment mal da hinten das ist doch eine kirche das gucke ich mir gerade mal an so hier ist ein friedhof okay okay das ist der kirchturm ja ist jetzt nicht so reich verziert ist ein bisschen schlichter gebaut aber irgendwie trotzdem ganz hübsch gebaut das muss man ja mal sagen okay hier sind noch so ein paar tafeln und ein bild na gut dann würde ich sagen war es das auch schon wieder mit dieser kleinen aufnahme zwinker 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 und ja vielen dank fürs zusehen und tschüss und bis zum nächsten mal sagt der loy ja dann und und Untertitelung des ZDF, 2020